willkommen zum interview mit zitrön also ich bin zitrönchen der tablet ersteller von benjamin in meiner freizeit spiele ich video spiele manchmal bin ich auf twitter manche auf telefonie manche bei discord in meinem fall erstelle ich ja damals die er verwenden kann bearbeite grafiken und je nachdem also bei mir ist es ja so ein großes spektrum wo ich irgendwie unendlich möglichkeiten mache manchmal müssen ja also manche müssen ja auch dann erstellt werden bis es eins gibt was dir jetzt gefällt zum beispiel und es sind ja deine bilder freizeit manchmal bin ich wenn ich auf twitter meistens spiele ich video spiele wir haben uns glaube auf einen anderen discord getroffen und dann hast du mich irgendwann eingeladen also oder ich wollte also irgendwie sind irgendwie dann auf deinen discord gewechselt und dann haben wir also wir sind irgendwie ins gespräch gekommen haben uns dann auf dein discord getroffen und dann bin ich also wir kamen halt ins gespräch und dann bin ich irgendwann team mit fliegt ähm verschiedene sachen weil ich bin ja auch stellvertreter von ihnen also dir und ich helfe dir ja eben auch bei news und server gestaltung manchmal auch bei leibsteam moderation man manchmal auch andere bereichen und hält viel mit design dass man nett zueinander bleibt und das reicht mir eigentlich schon dass ich natürlich weiter teammitglied bin und dass ich weiter noch andere sachen erstelle und vielleicht auch eventuell an projekten teilnehmen dann bedanke ich mich für das interior das war zitrönten der thumbnail editor